Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Aufnahme von GTA 4. So, beim letzten Mal war es ja zu ziemlich nur Cutscenes, Cutscenes, Cutscenes. Es tut mir wirklich leid, aber dafür kann ich wirklich nicht viel dagegen tun, aus sich überspringen. Aber dann wäre es wirklich kein direktes LP mehr. Aber okay, was mir eigentlich gerade eben aufgefallen ist, und zwar diese Punkte hier. Also, zuvor sind mir die eigentlich noch niemals aufgefallen, geschweige denn, glaube ich nicht, dass sie noch nicht mal da waren. Und deswegen wundert es mich ein klein wenig. Ich werde mal gegen später nachschauen, was da ist, wenn ich schätzen müsste, nach der Location her, dass es Waffenläden sind. Weil hier, glaube ich sogar, dass es ein Waffenladen ist. Hier in Chinatown ist auch ein Waffenladen. Und da drüben, da muss sie wirklich passen. Das weiß ich wirklich nicht. Aber okay, ich wollte ja hier direkt bei Roman weitermachen, weil er hat ja uns belogen und betrogen. Er hat uns in etwas reingeloggt, hat uns Geld und Frauen versprochen und wir haben nichts davon bekommen. Außer sein Fahrzeug. Okay, das haben wir auch noch nicht mehr bekommen. It's your goal. Ja, 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 mach mal. Der Arsch-Sprecher-Flat kommt. Einfach so genial. Einfach so genial. Einfach so schön. Einfach so schön. Nein, wir sprachen uns nicht. Du sprach. Dann sagst du, dass dein Handy aus der Batterie ist. Du tritt mich wie eine B***h. Never. Du bist ein Idiot, nicht eine B***h. Ich denke, das ist wahr. Die beautifulige Frau, wie die Leute, mit einem lustigen Gefühl haben. Ja, das stimmt wirklich. Ja, das stimmt wirklich. Ja, eher und mehr Probleme würde ich sagen. Ich weiß schon, welche Mission das ist, aber ich frag mal nichts. Und wieder mal umschalten und wieder mal auf Adventure zu gehen. Ja. 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 Du hast mich als Janitor. Ja. Du schaffst mich als Janitor. Ja. Ja. Das ist's. Ja. Ich bin Janitor, weil ich immer wegschlein bin. Ich immer wein. Hier steht ein Berger. Ach komm schon. Und in der Caro. Ja, ich bin jemand, der gleich jemanden umbringt, der nur blöd geguckt hat. Roman ist jemand, der die ganze Zeit die Situation verarscht, bis er dann wirklich in Probleme reinkommt und dann irgendeinen Körperteil verliert. Das letzte wurde jetzt gerade eben erfunden, aber trotzdem. Bisschen radtig, dass jetzt auf einmal McLaren rumfährt, mitten in der Mission. Ich sollte vielleicht aufpassen, ne? Weil sonst kommen die, erschießen ihn und mir fällt es doch nicht mehr auf. Naja, trollig wär's irgendwie. Ich glaub, die kommen dann von hier oben. Hoffentlich. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Ach, Roman. Also ich glaub, ne AK hat doch 30 Schuss. Falls ich da ein bisschen falsch schläge, das tut mir wirklich halt. Aber sag mal einfach mal 30 Schuss. Er hat 30 Kugeln? Okay. Ähm. Ich versteh den Zusammenhang nicht. Tut mir leid. Sag mal, wo sind die eigentlich? Ach, da sind sie ja. Wie abartig haben die eigentlich ihren Fahrzeug. Ja, ich kann nicht zu ihm. Lauft einfach rein. Ja, nur mal so ein ganz kleiner Tipp am Rande. Gleich werden sie auf uns schießen, ne? Wenn sie halt in der Nähe wären. Was aber nicht der Fall ist. Red Icons represent enemies. Okay. First base to use to unbreak. Ja, könnte ich jetzt machen, aber bei dem Fazit probier's nicht. Was zum Teufel macht der da? Wow. Der ist gegen das Regal gefahren. Der war ja mal nice. So, und zwar. Jetzt wollte ich erstmal nach dem McLaren hier suchen. Wo ist der? Wo ist der? Da steht er noch. Nice. Oh Gott, Gott. Ich muss dieses Fahrzeug kriegen. Ey, was geht denn so, Jungs? Kann ich vielleicht... ...ein Fahrzeug ausleihen? Nein, ich will rennen. Danke, danke. Genau, das wollte ich machen. Aus dem Fahrzeug raus. Nein, hab ich nicht direkt, aber... Danke für die Nachfrage. Nein! Scheiße, jetzt ist ein Fahrzeug weniger wert. Tür ist weg. Und, naja. Licht auch ein bisschen. So, jetzt werde ich erstmal... Gott, wie heiß diese Insel. Ich vergesse es die ganze Zeit. Und zwar... Bohan jetzt da. Genau dort muss ich hin, weil dort gibt's eine Garage, da kann man Fahrzeuge verkaufen. Und genau dieses Geld, was ich dort verdienen werde, werde ich natürlich benutzen, um mir die ganze Zeit wieder Waffen zu kaufen, weil ich sie die ganze Zeit verliere oder wegen dem Spamming verschieße. Nein, Spaß. Jedenfalls, das Geld werde ich halt dafür benutzen, Geschäfte zu kaufen und dadurch halt mehr Geld zu kriegen. Das ist halt eine Investition, die es sich erst lohnt, wenn ich auf Part 80 bin. Aber, hey, ich meine, ich könne natürlich so nicht viel mit dem Geld anfangen. Aber bevor ich dort reinfahre, muss ich unbedingt auch das Fahrzeug reparieren. Ich habe sogar dort in der Nähe existiert, ähm, Reparaturgarage. Und noch ein ganz kleiner Tipp. Falls ihr, haaa, einen McLaren sieht, in, äh, in einem ganz schrecklichen Grün, oder es leuchtet so komisch, glaubt mir, es ist normal. Wundert euch am besten nicht, wenn ihr dieses Fahrzeug genau so noch ein paar Mal seht. Weil das wird wahrscheinlich noch ein paar Mal vorkommen. Und die Spawns setzen hier auch manchmal aus. Es kann gut möglich sein, wenn ich das, zum Beispiel hier, so sieht es aus, ähm, und zwar, es kann gut möglich sein, wenn ich, zum Beispiel, was weiß ich, wenn ich jetzt noch wüsste, was ich meinte, verdammt, ich habe es vergessen. Die haben mich gerade eben so abgelenkt. Ähm, naja, ist sowieso nicht schlimm. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich ein bisschen Geld kriege, dass ich dieses Fahrzeug reparieren kann. Geld kann ich kriegen, indem ich jemanden, äh, schrecklich überfahre, oder FPS, äh, verliere. Hat jemanden töte, kurz gesagt. Oder, ich klaue Taxis. Aber das bräuchte ein bisschen länger, und dann kriege ich richtige Probleme. Ah, hier, ja. Ja, ich glaube, hier könnte es man sogar reparieren. Ähm, so, darüber bin ich mit Sid nicht so alt zu sehen. Nein, kann man nicht. Natürlich nicht. Ach komm, schon hier in der Nähe muss irgendetwas sein. Ach, wisst du was, ich probiere mal, das Fahrzeug so abzugeben. Hoffentlich, kriege ich ein bisschen was dafür. Weil, wenn ich dem, äh, Fahrzeug Schaden hinzufüge, dann, äh, nimmt es mir die Garage sehr krumm. aus dem Weg, verdammt nochmal. So macht man das, einfach anhoben. Gott, könnt ihr euch jetzt, oh Gott. So, danke für gar nichts. Genau in die Garage muss man rein. Ähm. Hä? Warte mal, warte mal. Muss ich hier, ähm, ich weiß es nicht, woran das liegt. Und zwar, bei, äh, den 100% Savegame, wo ich habe, kann ich dort ein Fahrzeug abgeben. Ich glaub, das liegt aber eher an dem Mod, glaub ich. Und zwar, ich hatte mal Car Dealers drin, Vielleicht liegt's auch daran, ne? Hm. Schön zu sagen. Aber egal, ich seh euch dann mal gleich wieder. So, Leute, willkommen zurück. Ähm, ich hab kurz nachgeschaut. Ich hab den Mod drin, komischerweise, ich kann das Fahrzeug nicht verkaufen. Deswegen, äh, frage ich mich eigentlich, ob ich warten muss, bis ich, äh, an einem bestimmten Part des Spiels angekommen bin. Weil, ich meine, in die Garage konnte ich ja schon mal rein. Und, normalerweise war da eine Markierung. Und wenn ich da reingefahren bin, hab ich das Fahrzeug verkaufen können. Hm. Ich weiß, vielleicht kommt es erst mit Brucie. Ich weiß es wirklich nicht. Ich hab diese Garage mal durch Zufall gefunden, als ich auf dem PC mit Mods gezockt habe. Davor ist es mir noch nie aufgefallen. Naja, ich hoffe, dass ich halt in Zukunft das machen kann. Aber ich wollte jetzt erst mal die Mission von Roman machen. Und, keine Sorge, ich hab den McLaren abgespeichert. There is a crowd. Oder Freeza crowd. Ach, kein Plan. Du da. Du da. Du bist ein dicker Mann, komm! Where's your Russian friend now, eh? It's not my friend, it's my long shark! Stop this! Who are you? Get out of here! What about you? Help me! Come on, Subhat! Get out of here now! And if you come back, I'll kill you! You understand? You forgot this? You have been in bricks?! Shit! What did you do? He was going to stab me! Now he's going to kill you! Look at this mess! Screw! Again! You want to know why I'm not living in a nice condo? Banging for women? It's because of shit like this! Shut up! What the hell? Oh, great! Mallory! Hey, beautiful! Yeah, great! Uh... Listen, I'm having a bit of a problem at the office. Um... I can do it, Nico can do it! Huh? And what? Well, why would you want me, then? Well, screw you, then! Great girl! Can you do me a favor? Mallory needs a lift. Can you go pick her up at the Oak Beach subway station? Yeah... Take care! She's got a friend with her! Maybe someone you can date! Fuck you! No... Man, look at this crap! Like a kid and everything! Komm schon, der Bildschirm sieht aus, als würde man den für 10 Dollar hergeschmissen bekommen! Aber okay, ich glaube, das spielt ja in 2001, deswegen nehme ich es mal wieder zurück! Go to the subway station! Okay... Ja, hier vorne überall McLaren's! Das Spawn ist ausgesetzt, verdammt nochmal! So... Lass mich hier oben schalten... Und zwar, was ich eigentlich vorhin meinte und sagen wollte, ist, ähm... Die Spawns von Fahrzeugen setzen manchmal aus, sonst stehen nur noch McLaren's rum, zum Beispiel! Jetzt halt nicht nur, aber halt sehr häufig für solche Gegnern! Also, ich meine, wären wir jetzt hier irgendwie in einem ganz reichen Viertel... Also, ich meine ganz, ganz reichen, dann würde ich es verstehen, aber hier... Nicht direkt und ja... Das ist die neue Michelle Shandy von Z2-3! Ja, ich hab mir gedacht, ein paar Modelle zu ersetzen mit irgendwelchen Charakteren, ist eigentlich auch mal nicht schlecht! Haha! So, kann ich reinfahren oder kommt noch etwas? Ich fahr einfach mal rein! Thanks for the lift, Nico! Ja, thanks! Give me a call sometime! See you soon, Michelle! Ähm... Es tut mir leid für die Leute, die die normalen Charaktere sehen wollen, aber... Naja... Ich denke, es ist jetzt nicht so schlimm, weil... Die Story kennt man eigentlich schon, glaube ich, inzwischen... Die Frau aus der Freundin und sie hat mir ihre Nummer gebt, aber... Ich glaube, Mallory mag meine Klaute so viel! Ich habe nur das Platz für dich, das ist im Mohawk-Stand-Hall! Geh'n und geh'n und geh'n, die Läufe für die 21. Jahre! Also, er meinte mit Sachen, die von dem Boot kommen. Tut mir leid, dass ich sie spoilern muss! Aber manchmal, was du Roman erzählt, ähm... Ist bisschen Realitätsferne. Und wieder einmal... Mit bisschen meine ich ist natürlich übertrieben... So, ich glaub... Ach, wisst du was? Ich nehm einfach hier mal den Ruf RT-12. Glaube ich, das müsste das sein. Das Fahrzeug. Wirst du das? Obwohl, warte mal kurz. Das will ich doch jetzt mal kurz wissen, ne? Komet. Ruf RT-12. Okay. Warum nicht? Oh Gott. Oh! Verdammt! Nein! Das war doch nicht so gemeint. Warum machst du das Fahrzeug aus? Machst wie jeder Gangster. Machst einfach das Fahrzeug an. Ach, verdammt nochmal. Jetzt muss ich hier erstmal loswerden. Ach, komm schon. Davor steht schon wieder McLaren. Es tut mir leid, Leute. Es tut mir leid. Aber hey. Wenigstens macht's doch nichts aus, wenn ich das Fahrzeug dann schrotte oder irgendwie so etwas. Weil es ist ja in dem Sinn nicht zählt, ne? Naja, muss doch trotzdem wehtun. Aber, naja, ich meine... Ach, egal. So, Fahrzeug nehmen und wieder rüberfahren. Und vor allen Dingen nicht mit einer Alarmanlage an, neben der Polizei vorbeifahren. Weil die nehmen das ein bisschen übel. Ich denke dann gleich sofort, dass man das Auto geklaut hat. Kann ich nur sagen. So. Ich bin ultrareich. Und zwar, ich glaube, ich hab nur 100 Dollar. Das kostet nur 45.000? Oh, okay. Hier. You can buy clothes from various clothes shops throughout... Okay. Every item of clothing out on display can be purchased. To buy the clothes, walk up to the item. Press E to try jeans. Nein, das möchte ich jetzt nicht direkt. Zumindest anderes, sag ich's mal so. Wie wär's denn jetzt zuerst mal mit ner Jacke? Hm. Ich meine, die Auswahl ist schon klein wenig groß, aber... Ich meine, der Stil bleibt im Endeffekt leicht, egal was ich nehme. Deswegen, nehm ich einfach mal das hier. Ja. Sehr gut, sehr gut, ja. Ähm, ich hab sogar noch weniger als so ne Dollar. Okay. Kann passieren. Ähm, wie wär's mit der Hose? Ja. Sexy. Ich hab keine Frau. Kann man nur so etwas sagen. Wie wär das, solche Schuhe dazu? Oh Gott. Äh, hätte ich ne Waffe, würde ich mir das Geld zurückholen. Nope. Wie wär's mit ner richtig geilen Sonnenbrille. Äh, ja, schon besser. I wear my sunglasses at night. Sehr gut. Ähm. Ansonsten, ich glaub, ich werd jetzt mal ganz kurz... ein Polizeifahrzeug klauen, dass ich wenigstens irgendeine Art von Bewaffnung habe. Oder ich ruf zuerst Roman an, automatisch. Hey, Roman. I got some clothes. It looks like they brought the stuff in from the old country, though. We must take what we get. When the big money rolls in, then we will look real classy. Anyway, you have Michelle. A classy girl for your arms. You should definitely keep dating her. So, ich werd jetzt erstmal kurz die Polizeifahrzeuge klauen, aber ich werd mich jetzt schon verabschieden. Also Leute, das war jetzt erstmal ne weitere Aufnahme von GTA 4. Und ich wollte jetzt eigentlich nicht direkt die Polizei anlocken, aber okay, von mir aus. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und jetzt will ich dann erstmal sagen, bis später. Bis später.